Sapa 2017 ist das wohl schlagzeilenträchtigste russische Manöver seit den Sowjet-Tagen. Nicht einmal über die Anzahl der Teilnehmer ist man sich zwischen dem Westen und Russland einig, geschweige denn über seine Bedeutung. Während die Militär-Spider-Blöcke zum Glück noch im Manöver-Modus sind, ist vor allem die Presse inzwischen schon länger zum Informationskrieg übergegangen. Art des militärischen Geschehens beim Manöver ist der Westen Russlands und die Republik Belarus. Heute war es dann soweit und der Oberbefehlshaber der russischen Truppenpräsident Putin besuchte den Manöverschauplatz unweit von St. Petersburg, seiner alten Heimat. Im offiziellen Kommentar legte der Kreml gleich noch einmal Wert auf die von Russland angegebene Manöverstärke. 12.700 Soldaten, 70 Flugzeugen und Hubschraubern, 680 Kampffahrzeugen und 10 Schiffen. Trainiert wird natürlich das Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten und neue Strategien, die, wie es heißt, auf den Erfahrungen jüngster bewaffneter Konflikte beruhen, womit wohl der russische Syreneinsatz gemeint sein muss. Wenn Putin sich zum Streit über das Großmanöver noch äußert, es läuft immerhin noch bis zum 20. September, erfahrt ihr das bei uns zuerst. Etwa direkt aus St. Petersburg, nicht weit von Putins Auftritt von unserer Reporterin Anna Smirnova und ihrer Mittwochsreihe Petersburg Live. Abonniert uns für aktuelle Russland-News. Untertitelung des ZDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF Vielen Dank.